Herzlich Willkommen zu Meditation Coaching and Life. Ich bin Michael Kurth, auch bekannt als Curse und heute handelt der Podcast von der Rauchermeditation. Die Rauchermeditation, das klingt ja schon fast kontrovers, deswegen möchte ich am Anfang direkt einen kleinen Disclaimer machen. Wenn ihr Nichtraucher seid, dann fangt jetzt bloß nicht an zu rauchen, weil ihr meint, ihr müsst jetzt rauchen, um zu meditieren. Aber bleibt bis zum Ende dieser Folge dran, denn es geht natürlich nicht nur ums Rauchen, Punkt, 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 aber mehr dazu zum Schluss. Wenn ihr Raucher seid, dann seid ihr entweder Raucher, die gerne aufhören würden oder Raucher, die gar nicht aufhören wollen, sondern die gerne rauchen. Für beide von euch eignet sich auch diese Podcast-Folge und die sogenannte Rauchermeditation. So, wie komme ich überhaupt da drauf? Ich schreibe gerade ein Buch über die 4O plus X Methode. Klar, wenn ihr den Podcast kennt, dann kennt ihr auch die 4O plus X Methode. Wenn ihr sie noch nicht kennt, könnt ihr schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf das bekommen, was in dieser Methode enthalten ist. Wenn ihr euch die ersten zwei Folgen dieses Podcasts anhört, da geht es nämlich genau darum. Also, ich schreibe gerade ein Buch darüber. Ich bin auch schon fast fertig. Das erscheint im Januar nächsten Jahres. Und da habe ich auch einen Abschnitt über Meditation. Und vor ein paar Tagen schrieb ich da gerade an der Rauchermeditation. Und dann ist mir was passiert. Und klar, ob man jetzt an Zufälle glaubt oder nicht, sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist mir was passiert, was mir den Impuls gegeben hat, eine Podcast-Folge über diese Rauchermeditation zu machen. Und zwar ist mir Folgendes passiert. Ich bin jetzt gerade in der allerletzten Phase für dieses Buch in so einem kleinen Hotelzimmer und habe wirklich quasi die Tür von innen abgeschlossen und verlasse das Zimmer wirklich nur für die absolut notwendigen Dinge wie Nahrungsaufnahme höchstens, um mich wirklich ein paar Tage total konzentriert da dran zu sitzen und das Ding auch wirklich rechtzeitig fertig zu kriegen. Und auf jeden Fall bin ich abends dann in die Lobby vom Hotel unten gegangen, wo ein DJ aufgelegt hat, ein Freund von einem Freund und so weiter. Und der hat mir einen Kumpel von ihm vorgestellt, der dann da saß. Wir haben also kurz zusammengesessen, haben uns ein paar Minuten unterhalten. Und da sind wir vor die Tür, weil er eine Zigarette geraucht hat. Und dann hat er zu mir gesagt, weißt du, ich habe gerade einen ganz intensiven Lebenswandel vollzogen, eine Transformation. Ich habe, was hat er gesagt, ich glaube 20 Kilo oder sowas Krasses abgenommen, hat sich aus einer langjährigen Beziehung getrennt und beschäftigt sich gerade sehr intensiv mit auch Meditation und verschiedenen Dingen, die ihm auf seinem Weg weiterhelfen. Und dann haben wir kurz gequatscht. Er holt dann die Zigarette aus und sagt, weißt du was, das Rauchen, das muss ich mir jetzt abgewöhnen. Denn das passt überhaupt nicht dazu, was ich jetzt gerade mache. Und ich will mir das unbedingt abgewöhnen. Und ich schaffe es aber nicht. Und das macht mich irgendwie fertig. Das führt sogar dazu, dass ich irgendwie an mir selbst anfange zu zweifeln und mein Selbstwertgefühl abnimmt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr raucht und schon mehrmals versucht habt aufzuhören und es wollte irgendwie nie gelingen. Dann erzählt ihr euch entweder eine Story darüber, warum es doch irgendwie super ist zu rauchen. Oder aber ihr fangt vielleicht auch wirklich an eurer Disziplin an zu zweifeln oder daran, dass ihr irgendwie resolut genug seid, um aufzuhören oder wie auch immer. Auf jeden Fall war das seine Situation. Und da musste ich schmunzeln und habe direkt einsetzen können und habe aus meiner Innentasche von meiner Jacke ein Buch rausgeholt. Und zwar ist es ein Buch, das heißt Das orangene Buch, die Osho-Meditationen für das 21. Jahrhundert. Und da drin enthalten sind, ich weiß es gar nicht, eine ganze Menge, vielleicht knapp 100, verschiedene Meditationsansätze von Osho. Osho war ein indischer Mystiker und man könnte sagen Guru, der in den 80ern verstorben ist. Nicht ganz unumstrittene Person aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und der hat ganz viele Arten von Meditationen aus der hinduistischen und buddhistischen und anderen Traditionen auf die Bedürfnisse, die Ansprüche oder die Besonderheiten von so den jungen westlichen Leuten angepasst, die ihm dann so in den 60ern und 70ern begegnet sind. Und auf jeden Fall findet sich in diesem Buch auch die sogenannte Rauchermeditation. Und als ich dieses Buch gekauft habe, vor, weiß ich nicht, acht, neun Jahren, ist es eine der ersten Sachen, auf die mein Blick gefallen ist, weil ich gedacht habe, wie, Rauchermeditation. Das ist doch jetzt, ist das nicht ein Gegensatz an sich? Ja, ist das nicht widersprüchlich? Und dann habe ich diese Rauchermeditation gelesen in einem Buch, damals. Und seitdem bin ich so begeistert davon, wie sich Osho diesem Thema da gewidmet hat, dass ich diese Rauchermeditation auf viele andere Dinge schon versucht habe zu übertragen. Und auch oft, wenn Leute mich in Workshops oder in verschiedenen Situationen darauf ansprechen, sagt, ey, da habe ich was, das würde ich dir gerne mal empfehlen. Und so war es eben auch in diesem Fall. Und das, was es zu einem super Zufall gemacht hat, noch größeren Zufall, ist, dass er gesagt hat, ich rauche seit 30 Jahren Kette und ich schaffe es nicht aufzuhören. Und ich hole also das Buch aus meiner Jackentasche und sage, guck mal hier, ich schlage das jetzt mal auf, die Rauchermeditation. Und ich lese dir mal den ersten Satz vor. Und der erste Satz ist, eines Tages kam ein Mann zu mir. Er hatte 30 Jahre darunter gelitten, dass er Kettenraucher war. Er war krank und sein Arzt hatte ihm gesagt, du wirst nie gesund werden, wenn du nicht mit dem Rauchen aufhörst. So, wir hatten also den Mann, der vor mir stand, der 30 Jahre geraucht hat und aufhören wollte. Wir hatten diesen Anfang in dem Buch und dann war das klar. Dann haben wir uns darüber unterhalten, die Seiten abfotografiert, ich habe ihm das empfohlen. Und da war mir klar, okay, ich schreibe in meinem Buch eh gerade darüber. Dieser Zufall ist sehr interessant. Und ich muss in den nächsten ein, zwei Tagen eine neue Podcast-Folge machen. Okay, this is it, das ist das Thema. Also, soviel zur Geschichte davon, warum ich überhaupt jetzt darauf komme, die Rauchermeditation zu machen. Jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Meditation. Ganz am Ende der Meditation möchte ich nochmal darauf eingehen, was Osho in seinem Buch dazu schreibt. Denn er hat einen sehr interessanten Aspekt. Also er erklärt auch, warum er diese Methode empfiehlt. Und das ist eigentlich das Wichtige dabei, ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und dann gibt es noch eine sehr schöne Auflösung am Ende, die, ja, wie gesagt. Aber als erstes möchte ich mal die Rauchermeditation mit euch gemeinsam machen. Also, wenn ihr Raucher seid, ja, dann könnt ihr die mitmachen jetzt, wenn ihr Lust habt, ja. Und wenn ihr nicht Raucher seid, dann könnt ihr vielleicht mal lauschen. Und vielleicht werdet ihr relativ schnell auch merken, wie ihr diese Meditation auch anwenden könnt, wenn ihr nicht Raucher seid. So, jetzt habe ich aber schon genug verraten. Okay. Jetzt in diesem Moment. Oder jederzeit, wenn du das nächste Mal das Verlangen danach spürst, eine Zigarette zu rauchen. Dann halt für einen kurzen Moment inne. Nur für einen ganz kurzen Moment und fühl mal in dich rein, wie fühlt sich das an, eine Zigarette rauchen zu wollen. Und versuch das nicht mit so Worten zu beschreiben wie gut oder toll oder Vorfreude, sondern schau, wie sich das körperlich anfühlt. Und du hast diesen Impuls, eine Zigarette rauchen zu wollen. Und schau mal in deinen Körper rein. Wo in deinem Körper kannst du diesen Impuls spüren? Ist das was in den Händen oder ist das was in deiner Brust? Ist das was in deinem Bauch? Gibt es eine bestimmte Körperstelle, an der du das fühlen kannst? Oder ist es vielleicht etwas, was mit ganz bestimmten Bildern in deinem Geist verbunden ist? Mit ganz bestimmten Assoziationen oder Mustern? Gibt es da irgendwas, was immer wieder kommt? Schau einfach mal ein bisschen, nur für ein paar Momente, wie fühlt sich das an, rauchen zu wollen. Und dann, wenn du jetzt die Zigarettenschachtel nimmst oder den Tabak, dann tu das ganz langsam und bedacht. Achte darauf, wie sich die Zigarettenschachtel in deiner Hand anfühlt. Du kannst vielleicht das Gewicht feststellen und anhand des Gewichts weißt du, ob noch viele Zigaretten in der Schachtel sind oder nur noch wenige oder ob sie halb voll ist. Und fühl, wie sich das Material der Schachtel in deiner Hand anfühlt. Ist es das Papier oder ist vielleicht noch das Plastik drumherum? Schau einfach mal, fühl einfach mal, wie sich das anfühlt. Und dann öffnest du ganz langsam die Zigarettenschachtel, nimmst dir eine Zigarette langsam heraus und fühlst auch, wie sich diese Zigarette anfühlt. Und wahrscheinlich, wenn du die Schachtel öffnest oder deinen Tabakbeutel öffnest, dann kommt dir schon dieser Geruch entgegen. Und wenn dir dieser Geruch entgegenkommt, dann nimm ihn einfach wahr. Und riech vielleicht an deiner Zigarette oder an deinem Tabak, wie riecht es? Du kennst das als automatischen Ablauf. Du weißt automatisch natürlich, klar, Tabak riecht so und so und vielleicht hast du auch schon mal in einer Zigarette bewusst gerochen, bevor du angefangen hast zu rauchen. Aber mach es jetzt mal wirklich ganz, ganz, ganz aufmerksam und ganz bewusst. Und wenn du die Zigarette in der Hand hast und daran gerochen hast und gefühlt hast, wie sich die Zigarette in deiner Hand anfühlt, dann zündst du dir ganz bewusst an mit dem Streichholz oder einem Feuerzeug und guck, was in dem Moment passiert. Das Geräusch von dem Feuer, die Farbe des Feuers, vielleicht kannst du sogar eine gewisse Wärme spüren, in dem Moment, in dem die Flamme aus dem Feuerzeug austritt oder entsteht, wenn du das Streichholz an der Streichholzschachtel reibst. Und wenn du dir jetzt die Zigarette anzündest, dann nimm den ersten Atemzug ganz bewusst. Nimm ihn ganz bewusst und schau, was passiert. Normalerweise machen wir diese Abläufe immer ganz automatisch. Wir gucken wahrscheinlich die meiste Zeit dabei aufs Handy oder reden mit Kollegen oder lesen was oder schauen fern oder machen irgendwas anderes, laufen über die Straße. Meistens verbringen wir gar nicht diese paar Minuten, in denen wir die Zigarette rauchen, damit wirklich die Zigarette zu rauchen. Das heißt, all diese Dinge sind bei uns automatisiert. Wir spulen die ab. Und jetzt können wir uns einfach ein paar Minuten Zeit nehmen, während du jetzt diese Zigarette rauchst und zuhörst. Du kannst ein paar Minuten Zeit nehmen, wirklich mit vollem Bewusstsein, das zu tun, was du in diesem Moment tust, nämlich die Zigarette zu rauchen. Wenn du einatmest, dann tu das ganz bewusst. Wenn du ausatmest, tu das ganz bewusst. Und vielleicht kannst du sogar fühlen, was in deinem Körper passiert. Ist ja ganz klar, dass das Rauchen von Zigaretten physisch was mit uns macht. Und guck doch einfach mal, was da passiert. Und mach jede Bewegung und jeden Atemzug, den du wirklich tust, ganz langsam. Und noch ein bisschen langsamer. Und noch ein bisschen langsamer. Und sei dir wirklich bewusst. Und immer wenn deine Gedanken abschweifen, deine Aufmerksamkeit abschweifen, dann bring sie zurück. Und sei wieder frisch in dem Moment. Und halt die Aufmerksamkeit wieder auf dem Rauchen der Zigarette. Und wenn du die Zigarette aufgeraucht hast, dann mach sie ganz bewusst aus. Leg die Schachtel des Feuerzeuges weg. Und halt noch einen kurzen Moment inne. Und guck, wie es dir jetzt geht. Horsch einfach ein bisschen in dich rein. Wie fühlt sich dein Körper jetzt an, wo dieser Impuls vom Anfang gestillt worden ist, die Zigarette zu rauchen? Ist da irgendwas passiert? Hat sich irgendwas verändert? Gibt es irgendwelche Stellen in deinem Körper, die du mehr spürst oder weniger spürst? Wie fühlt sich das an? Bleib einfach bei der Empfindung, ohne dir eine große Story darüber zu erzählen. Bleib einfach da mit der Empfindung. Und damit ist die Rauchermeditation dann für diesen Moment vorbei. Diese Meditation kann man natürlich auf verschiedene Dinge adaptieren. Es können auch Sachen sein, die wir vielleicht nicht ganz so krass bewerten wie Zigaretten rauchen, wie zum Beispiel Kaffee trinken. Das Interessante, was auch Oshu in seinem Buch sagt, ist, dass es in verschiedenen Kulturen, zum Beispiel in der japanischen Zen-Tradition, genau solche Abläufe gibt, die zur Meditation genutzt werden. In Japan ist es ganz bekannterweise die Tee-Zeremonie. Die japanische Tee-Zeremonie besteht aus sehr bewussten Abläufen und Bewegungen. Jeder Schritt, jeder Handgriff ist synchronisiert und vorbereitet, teilweise sogar ein wenig choreografiert, aber immer mit genug Raum für Spontanität. Und es geht darum, jeden Moment bewusst wahrzunehmen. Wenn Sie den Deckel von dem Topf abnehmen, in dem das Wasser kocht, dann spüren Sie den aufsteigenden Dampf und die Veränderung in der Temperatur dadurch. Wenn Sie den Löffel nachher abklopfen auf dem Gefäß, dann hören Sie ganz bewusst diesen Ton. Und genauso kann es auch mit Sachen sein, wie zum Beispiel, bevor du eine Zigarette raust, du die auf der Schachtel klopfst. All diese Dinge sind in ihrer Essenz gleich. Denn es geht um die Handlung, die in diesem jeweiligen Moment gerade vollführt wird. Und die Bewusstheit, die absolute Präsenz in der jeweiligen Handlung, die kann das, was wir sonst automatisch und wie ferngesteuert machen, in eine meditative Übung verwandeln, kann der ganzen Sache eine meditative Qualität geben. Wenn wir da an sowas wie Tee zubereiten und Tee trinken denken, dann haben wir damit wahrscheinlich so eine exotische, leicht mystische, vielleicht auch kulturell interessante Assoziation. Tee zubereiten, das ist sowas, das kennen wir so als meditativen Ritus. Oder wenn wir Leuten zuschauen, die Sennen Bogenschießen machen. Aber selbst da, das Bogenschießen ist ja eigentlich dazu da, eine Waffe möglichst präzise abzufeuern, um ein Tier oder einen Menschen zu verletzen oder zu töten. Das heißt, eigentlich ist das auch das Ausüben einer, ich sag jetzt mal, nach unseren normalen Normen betrachtet, moralisch nicht ganz korrekten Tätigkeit. Trotzdem ist es in dem Moment, in dem man sich dieser Handlung bewusst wird und mit seiner Aufmerksamkeit da bleibt, eine Übung in Achtsamkeit. Wenn man jetzt ganz tief einsteigen möchte, gibt es in der buddhistischen Tradition auch viele Diskurse darüber, was dazu gehört, dass man eine solche Übung wirklich als Achtsamkeitsübung im buddhistischen Sinne bezeichnen kann. Denn die Intention und die Motivation spielt eine große Rolle. Wenn die Motivation ist, möglichst gut einen anderen Menschen zu verletzen, dann ist es nach der buddhistischen Definition nicht das Gleiche, wie wenn die Intention ist, einem anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Das heißt, wenn mir jetzt mal da bleibt, die karmischen Auswirkungen dieser Achtsamkeitspraxis werden anders sein. Aber das Prinzip, die Handlung ist gleich, die Aufmerksamkeit. Und aus diesem Grund kann man das auch mit dem Zigarettenrauchen machen. Jetzt bringt Osho da in seinem Buch, in dem Tipp, also ich kann das wirklich empfehlen, das auch mal nachzulesen, denn es ist auch sehr humorvoll. Osho war vor allem auch für seinen Humor bekannt. Meistens hat er irgendwelche Vorträge, die er gehalten hat, damit beendet, dass er ein paar Witze erzählt hat. Die Leute haben also anderthalb Stunden, zwei Stunden zugehört und am Ende haben sie ihm alle herzlich gelacht, wovor sie nach Hause gegangen sind. Auch keine schlechte Methode. Auf jeden Fall sagt er, und das fand ich sehr, sehr interessant, der Mann sagt, ja, ich kann nicht aufhören zu rauchen und das ist so schlimm und bitte sag mir, wie ich aufhören kann zu rauchen. Und Osho sagt dann zu ihm, du kannst nicht aufhören zu rauchen. Das geht nicht. Das ist dir in den letzten 30 Jahren in Fleisch und Blut übergegangen. Sieh es doch mal anders. Du bist ein großer Yogi des Rauchens. Du hast so viel Erfahrung da drin, dass du 30 Jahre immer praktiziert hast. Du bist ein großer Yogi. Also nimm doch das Rauchen als deine yogische Praxis. Und der Typ ist natürlich vollkommen so, wie meinst du das denn? Und dann erzählt er ihm auch, begleitet ihn quasi durch diese Rauchermeditation und bringt auch das Beispiel davon, dass er sagt, naja, wenn du den Geruch von Tabak riechst, das ist wie der Geruch des Göttlichen. Weil warum soll, also er macht das auf eine theistische Weise. Er sagt sowas in der Richtung von, naja, wenn die Götter alles erschaffen haben, dann haben sie auch Tabak erschaffen und es ist genauso heilig wie Weihrauch oder wie ein gut riechendes Parfum. Und genieß es, genieß das Einatmen, genieß das Ausatmen, genieß das Rauchen und mach alles ganz, ganz, ganz langsam. Und Osho schließt dann mit den Worten, er sagt, wenn du es erst einmal schaffst, wirst du erstaunt sein. Du wirst bald die ganze Dummheit erkennen. Nicht, weil andere es dumm genannt haben. Nicht, weil andere es schlecht genannt haben. Du wirst es sehen. Und dein Sehen wird nicht bloß intellektuell sein. Du wirst es mit deinem ganzen Wesen erkennen. Es wird ein totales Sehen sein. Und dann, wenn es aufhört, hört es auf. Und wenn nicht, dann nicht. Du brauchst dir keine Sorgen darüber zu machen. Und weiter sagt er, nach drei Monaten kam er wieder zu mir und sagte, aber es hat aufgehört. So, sagte ich, dann versuch es jetzt auch mit anderen Dingen. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Freude und Inspiration und vielleicht sogar den einen oder anderen Schmutzler bei der Rauchermeditation. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch viel Aufmerksamkeit, viel Achtsamkeit, viel Bewusstheit, viel Entspannung, eine gute Zeit und wirklich nur das Aller, Aller, Allerbeste. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal.